Bist du denn bereit in Hypnose zu gehen? Dann machen wir heute mal eine Induktion nach Franz Anton Messmer. Du wirst gleich so eine Kraft merken, die dich so nach hinten zieht. Ja, also mal wirklich fühlen, wenn diese Kraft auch da ist und dann kannst du sofort in eine tiefe Hypnose gehen. Okay. Dann werde ich jetzt mal hier mit den Händen streichen. Schlaf tiefer und tiefer in die Entspannung. Immer tiefer in diese wunderschöne Entspannung. Jedes einzelne Ausatmen vertieft die Entspannung nur noch mehr. Jeder Ton der Hypnose Musik, jedes Wort, das ich sage, immer tiefer und tiefer in diese wunderschöne Entspannung. Und du bist auch jetzt schon in einer tiefen Hypnose. Wenn du gleich die Augen öffnest, bist du an dem Stuhl festgeklebt. Du versuchst aufzustehen oder hier vom Stuhl dich zu lösen, aber je mehr du versuchst, desto mehr merkst du, dass du an dem Stuhl festklebst. Dann öffne mal die Augen. Alles gut? Ja. Dann setz dich doch mal bequem hin, also du kannst jetzt auch nach hinten rutschen. Weil so im Sitzen, die ganze Zeit, nicht so. Nee, ist nicht so. Du wirst dich schon hinlegen, oder? Ja. Okay. Versuchst du's? Ja, äh... Aber du würdest dich schon gerne hinlegen, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Okay. Und schlaf tiefer in die Entspannung. Wenn du gleich die Augen öffnest, bist du nicht mehr an dem Stuhl festgeklebt. Und du kannst dich dann auch ganz gemütlich hier erstmal hinsetzen, oder hinlegen auch, mit dem Stuhl, so wie es für dich gemütlich ist, weil du auch jetzt eine Weile sitzen wirst. Oder liegen wirst. Dann öffne mal die Augen. Alles gut? Ja. Möchtest du dich nochmal anders hinsetzen jetzt? Ja. Okay, dann auch mit dem Hebel nochmal zurück. Ist das so gemütlich mit dem Nackenkissen und der Decke? Ja, genau. Ja, prima. Und schlaf tiefer in die Entspannung. Mit jedem Geräusch, mit jedem Wort und mit jedem Ton der Hypnose-Musik kannst du diese wunderschöne Entspannung vertiefen, von Kopf bis Fuß. Und das gilt auch für die ganze Hypnose. Geh immer tiefer und tiefer. Wenn du gleich die Augen öffnest, siehst du direkt vor dir den Weihnachtsmann. Es ist heute ein ganz besonderer Tag, denn du triffst den Weihnachtsmann. Wenn du gleich die Augen öffnest, siehst du den Weihnachtsmann hier direkt vor dir. Du siehst ihn mit seinen Schlitten. Und der Weihnachtsmann, der hat sich auch weiterentwickelt. Er nutzt keine Rentiere mehr, die seinen Schlitten ziehen müssen. Der Weihnachtsmann hat sich entschieden, die Rentiere in Ruhe und in Freiheit zu lassen. Du siehst den Weihnachtsmann mit seinem Schlitten direkt vor dir und kannst ihn bestaunen. Öffne mal die Augen. Oh, und du bist der Weihnachtsmann? Echt jetzt? Oh, hallo Weihnachtsmann. Sieht man auch nicht so aus. Uiuiuiui. Wie sieht denn der Schlitten aus von den Weihnachtsmann? Uff, also Rentierschlitten ist ja nicht mehr. Sieht sehr modern aus. Wow. Die Kufen, wow. Allzu neumodern sind die Trost. Also Champions League, sag ich mal. Wow. Und schlaf tiefer in die Entspannung. Wenn du gleich die Augen öffnest, siehst du auch wieder den Weihnachtsmann. Und du möchtest unbedingt mit diesem Schlitten fahren. Du bist auch voller Selbstvertrauen, dass du den Weihnachtsmann jetzt überzeugen kannst, dass er dir seinen Schlitten überlässt. Du fühlst dieses Selbstvertrauen im ganzen Körper von Kopf bis Fuß. Dieses wunderbare Gefühl voller Selbstvertrauen bist du. Und du wirst jetzt gleich den Weihnachtsmann überzeugen, dass er dir einen Schlitten überlässt. Weil du diesen Schlitten unbedingt auch mal fahren möchtest. Und das fühlt sich auch richtig gut an, während du den Weihnachtsmann überzeugst. Dieses Selbstvertrauen ist in dir. Öffne die Augen. Lieber guter Weihnachtsmann. Der Schlitten gefällt mir. Kann man ihn fahren? Ich kann ihn fahren. Ich denke mal, ja. Ja. Ich meine, es sind die Schlitten. Ja, doch. Ich bin da über... Wie kann... Ich fahr den. Ich setze mich rein und fahr. Kann doch nicht schwer sein. Und wenn jemand qualifiziert ist, dann will ich das. Denn ich bin ja schon als Kind Schlitten gefahren ohne Ende. Ja. Und Autofahren kann ich auch. Ja. Das ist ganz einfach. Wer Schlitten fahren kann, der kann alles fahren. Ja. Und ich bin so der Einzige, der das kann. Guck mal. Du bist ja wohl nicht mehr der Jüngste. Ich werde gewisse Person dafür. Nur ich. Ich lieber guter Weihnachtsmann. Guck mal, der ruft richtig nach mir. Guck mal, neuer Schlitten, da muss doch was Neues her. Und nur ich. Ich kann es. Hast ja niemand weiter. Da ist keiner, da ist keiner. Ja. Ja. Und schlaf tiefer in die Entspannung. Dieses Selbstvertrauen, was du heute hier gefühlt hast, das nimmst du auch mit für dein privates Leben, für dein berufliches Leben. Du fühlst dieses Selbstvertrauen in dir. Das nimmst du heute mit aus der Hypnose. Dieses wunderbare Gefühl von Selbstvertrauen. Das wirst du heute auch nach der Hypnose direkt fühlen, wenn du heute hier auch zur Tür hinaus gehst. Nochmal mehr als jetzt. Dieses wunderbare Gefühl von Selbstvertrauen. Und der Weihnachtsmann, der überlässt dir auch seinen Schlitten. Du steigst jetzt ein und du wirst einen riesen Spaß haben. Und dieser Schlitten, der fährt blitzschnell. Du kannst um die ganze Erde fahren. Und du kannst sogar, wenn du möchtest, so hoch liegen, dass du die Erde mal von ganz weit oben sehen kannst. Eine fantastische Perspektive hast du von da oben auf die Erde. Wenn du gleich die Augen öffnest, steigst du in den Schlitten und du hast eine Menge Spaß mit diesem Schlitten zu fahren. Dann öffne mal die Augen. Ja, Weihnachtsmann. Jetzt fahr ich gleich los. Was gut, ich komm gleich wieder. Will mal eine kleine Spritze zu machen. Ja, ich weiß noch, was schnell ist. Na dann wollen wir mal. Na dann. Oh, guck mal, da unten ist ein Dorf. Wie sieht das aus? Beschreibe mal, was du da liest. Das ist ein lauter kleiner Eisigler. So mitten im Wald. Und ja, über alle Tannenbäume. So richtig schön. Ja, wenn es so richtig schön tiefer schneit. Ja, guck mal, es sind keine Autos, sind alles, was da unten steht. Ja. Ja. Aber die fahren alle unten, oder? Die fahren alle unten. Ich bin hier oben. Oh, jetzt sieht man schon die Stadtgrenzen. Das ist ja Wahnsinn. Und noch höher. Wie fühlst du dich dabei, so immer höher zu fliegen? Oh, das ist abend beraumt. Das ist ganz toll. Oh, ist das irre. Die Aussicht ist spektakulär, oder? Guck mal, jetzt sieht man schon das ganze Lapland, wo der Weihnachtsmarkt lebt. Ob der noch höher lebt, na klar. Jetzt sieht man schon Finnland, Schweden, Deutschland, Dänemark, Polen. Das sieht immer höher. Oh, sieht das irre aus. Die ganzen Lichter da unten. Oh, das ist ja irre. Die Sterne da oben. Oh, wir wissen immer um die ganze Welt. Oh, ist das irre. Cool, dass du mit diesen Schlitten gehörst, oder? Oh, das geht so schnell. Hallo? Oh, ist das irre. Oh, hier alleine am Schlitten. Das ist ja irre. Juli. Oh, riesig ohne China. Oh, das zweite Russland. Oh, sieht die wunderbar aus. Die Ta fungus. Der ein halb cool, sieht alle zu kalt aus, wenn du nach Ruhe guckst, da scheinen die Leute zu baden, Hochsommer, ist das cool, keiner sieht mich, nee, das ist ja irre, mein Schlaf tiefer in die Entspannung und vor lauter Spaß hast du jetzt aber vergessen die Geschenke zu verteilen, deshalb schickt dir der Weihnachtsmann jetzt einen Helfer mit zur Seite und dieses Wesen, das steigt auch mit dir in den Schlitten ein und es sitzt auf der linken Seite und dieses Wesen, das sieht so unglaublich lustig aus, wann immer du nach links guckst, siehst du dieses Wesen und du kriegst richtig einen Lachenfall, du versuchst dich natürlich auch zu benehmen, denn es möchte dir ja helfen und mit dir zusammen die Geschenke verteilen, aber du kannst dich gar nicht mehr beherrschen, weil du so lachen musst, immer wenn du nach links guckst, siehst du dieses lustige Wesen neben dir sitzen und öffnet die Augen. Ach du Scheiße, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Die Geschenke! Ich kann nicht jetzt gucken, ja, ich bin nicht jetzt gut. Ich bin nicht gut. Ah! 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 Jetzt ist es hier die Geschenke! Ah! Tut mir! Ah! 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 Ich fahre! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Die Geschenke raus! Ah! 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 Du wirst mir nur sagen, wohin. Ja, mir geht es gut. So, so, wie ist das jetzt? Es tut mir leid. Du siehst gut aus. Und tiefer in die Entspannung, sofort in eine sehr tiefe Entspannung. Der Lachenfall ist verschwunden. Tiefer und tiefer in diese wunderbare Entspannung von Kopf bis Fuß. Immer tiefer in diese wunderbare Entspannung. Und du hattest heute so viel Spaß mit dem Schlitten, mit dem Weihnachtsmann und auch mit dem Wesen, das dir geholfen hat. In diesem Moment bist du vollkommen davon überzeugt, dass du der glücklichste Mensch im ganzen Universum bist. Und diese Glücksgefühle, die fühlst du und die werden jetzt immer größer und größer. Weil du bist dir absolut sicher, dass du der glücklichste Mensch im ganzen Universum bist. Und öffne mal die Augen. Beschreibe mal, wie du dich fühlst, Gerardo. Ach, glücklich. Ausgeglichen. Ach, war das lustig. Weil der von mir denkt, ist mir so egal. Ich fand es so toll. Ein Schlaf tiefer in die Entspannung.